Brüder, ich habe jetzt etwas gesehen. Leute, das könnt ihr nicht glauben, Dauer von DITIB, DITIB hat jetzt auch angefangen Dauer zu machen. Wissen Sie, was die machen? Ein Konzert. Da kommt dann DJ Ötzi, ja nicht DJ Ötzi, DJ Turkan und irgendwas anderes, keine Ahnung. Und dann fangen die an, Dauer zu machen. Mustafa Zandale und DJ Typhoon, siehst du das? Türkscher Popstar. Ist ein richtiger türkischer Popstar. Er ist bekannt, er war hier in Deutschland. Du musst dir mal vorstellen, Tarkan kommt auch. Achhi, du musst dir mal vorstellen, Achhi. Tarkan ist cool. Kannst du da sein, dass du wirklich denkst, wenn du dort eine Halle mietest und ein Konzert machst, dass da jemand dann durch zum Islam kommt? Hör mal, das ist ja schon fast eine Beleidigung für die Religion ist das. Was wird denn dort gemacht? Ein Konzert? Was wollen sie denn da machen? Wollen sie dann zwischendurch während dem Konzert, wollen sie dann da beten oder wie oder was? Nämlich würde das mal interessieren, wie kann eine islamische Organisation, warum haben die nicht direkt ein Oktoberfest organisiert? Oder Eimer saufen, wie im Ballermann 6 oder sowas. Ja, irgendwas, das kann doch nicht wahr sein. Da musst du dir mal vorstellen, was hier los ist. Achhi, und deswegen, da brauchst du dich gar nicht zu wundern, wie viele Leute von der Religion abgefallen sind. Achhi, wenn du diesen Unsinn siehst, wenn du diesen Verrat an der Religion siehst, wo überall nur Abstriche gemacht werden, wo nirgendwo mal wirklich Klartext gesprochen wird. Mich hat jetzt eine Frau angerufen, die hat diese Woche bei mir am Telefon den Islam angenommen. Da erzählte sie mir, sie hat bei der türkischen Moschee angerufen, das war wahrscheinlich derselbe Verein, hat die angerufen und hat gesagt, sie will den Islam annehmen. Da hat sie keinen gefunden, der mit ihr Deutsch reden konnte. Und dann haben sie ihr das Telefon aufgelegt. Das musst du dir mal vorstellen. Achhi, was ist das für ein Verein? Das ist doch unglaublich, ist das. Ein Freund von mir, der ist dort hingegangen, zum Imam von der Moschee, hat gesagt, er will den Islam annehmen. Er hat erzählt mir, du musst dich erstmal beschneiden lassen. Das ist Quatsch. Es ist keine Bedingung, um Muslim zu werden, sich beschneiden zu lassen. Beschneidung ist Pflicht im Islam. Beschneidung ist im Islam Pflicht. Aber das ist keine Sünde, die dich für Ewigkeit in die Hölle bringt. Aber ohne Islam zu sterben, gehst du für Ewigkeit in die Hölle. Das heißt, lass den erstmal Islam annehmen, er soll dich danach beschneiden lassen. Stell dir mal vor, der geht jetzt zurück, will sich beschneiden lassen, unterwegs wird er plattgefahren. Dann sagt er zu dem, ich bin schon beschnitten. Also bist du sicher, willst du wirklich Islam annehmen, sagt er zu dem. Dann sagt er, klar. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe die Bibel gelesen. Ja, geh lieber nochmal nach Hause, überleg dir nochmal. Das musst du dir mal vorstellen, Achhi. Hier. Und dann schau dir mal die Jugend an, Achhi. Klar. Wenn wir die Jugend nicht rufen, ja wer soll die rufen? Ein Freund von mir, der war jetzt bei Kentucky Fried Chicken gewesen. War jetzt bei Kentucky Fried Chicken gewesen. Da ist er auch so ein, so ein, ich sage es lieber nicht. Mir liegt es so auf der Zunge. Es ist auf der Zunge so am Brennen. Ist da dann auch ein Mädchen aus dem selben Land. Dann sagt er, ja, irgendwie durch den Verkauf, ja. Kein Eingangsgespräch gekommen. Dass er Muslim ist und so weiter. Sagt er, ich bin gar nichts. Ich bin Atheistin. Muss ich mir mal vorstellen, ey. Vom Islam abgefallen. Ja klar, wenn nirgendwo aufgerufen wird, dann kann man diese ganze Sache gut verstehen. Swin und Wann. 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 Vielen Dank.